was los nein so etwas ist völlig unvorstellbar man hat uns nicht zurückgelassen sieht aber so aus mesma ist könig königin marikas sohn ihre gnade würde niemals ihr eigen fleisch und blut verlassen siehst du hier deine freunde noch nie du wurdest verlassen mein lieber was denn hier ok ich bin ja nur irritiert dass der andere da einfach nichts tut festliches fett schmiedestein macht so viel schmiedestein ist der wahnsinn mesma liebt dave doch es gibt nicht schön was aus mesma wünsche diese klasse würde du bist so ein pisser oh hier ist auch so ein bäumchen den linken backstabben damit ich dann den rechten in ruhe feiten kann hallo wild fokus spiel großpfeile was denn die her gab es heute schon den dave rave nee geraved wird momentan ziemlich wenig links handdolch aber von da komme ich doch gerade oder ja doch der eine typ den habe ich sitzen lassen ich weiß dass ich ein pisser bin man muss doch nicht vor allem sagen wird dich meinte ich damit nicht das war kein bäumchen gegangen so wenig song request zum dave raven ja jetzt gibt tage zu eltern ring gibt es ja kein song request warte mal muss ich daraus hüpfen ich da wieder rein ist die frage na ja wohl schon passen hier kommt doch gleich wieder so ein komischer scheiß in wälder über dem letzten mal warte mal ist das andere da mache ich doch lieber den doppelschlag naja ihr seid andere was ist das schenkungstalismann des herren wie sieht denn der aus was das von tritt und stramba da verbessert das gleichgewicht nach verwendung einer tränenflasche moment da ja 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 aber wenn eben den der wieder aus der region ist mir dann doch ein bisschen wichtiger kann ich mir gesehen so einer hast du den red stop schon drin nie das ist ein guter punkt ganz kurz hier raus haben danke fürs bescheid geben habe ich wieder vergessen für den geld einmal backstab scheiße das war schlecht gefeitet 5 und 7er stein schön goldener schweiß den goldener schwul schon wieder braucht fp um angewandte verteidigung zu erhöhen auf kosten der magie buffen aber gleichzeitig ein consumer bill in christian ja du hast zu spät dann war die ist tot haha zu langsam bro ich habe keine magie mehr für den move noch ein noch ein ok scheiße viel zu oft treffen lassen richtig bad dave trinken trinken wurde trinken eingelöst tatsache trinken trinken da blubbelt so schön nett hier aber waren sie schon mal in baden württemberg guten morgen willkommen zurück unter den wachen also unter den wachen menschen nicht der beruf wache ich bin ich dann eins jetzt stecke ich halt hier quasi fest ne muss aber alles erkunden eine tür eine tür so eine hier sind wir da wäre ich ja sogar so hingekommen dann was denn was denn was denn was denn ich warte es bis der andere vorbeigelaufen müssen nene 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 hier ist heil und bogen wow ich kann nicht mal aufstehen ich dachte das deckert mich jetzt mit seinem feilen bin ich wohl der bessere bogenschütze weh du hast du weh der hatte loot ansonsten ist ja keiner da hallo guck mal ich tanze auf den tischen von deinem meister da ist kein backstab ich will doch backstab umlebig umlebig es ist zum kotzen ne ey fuck off es geht doch ich war doch vorhin genau an derselben stelle dummer wichse ey wirklich also was ist denn ding hat noch eine 6 er will ans hintere loch nein ich will neues hinter das hinter das loch machen was ist denn da unten achso ah das ist auch schon wieder so betty nichts was ist denn nix oh ok warte aus dem fenster bin ich raus mhm derf macht ein auto von den geräuschen ich mach ein auto von den geräuschen wieso denn ein auto städte stein 8 ich hab aber noch noch einen heal fuck du schnöre voll die zweite oben waren halt schon echt hart Vielleicht habe ich meine Magie zu viel verballert. Ellie sollte aufpassen. Weißt du was? Was wollen wir dazu machen? Wir schießen ein bisschen. Hier, HP. 27, 29. Schön zwei HP immer regenerieren. Das ist doch gut. Soll ich mal ein bisschen AFK gehen? Warten bis die Leiste da oben voll ist? Oh, guck mal. Da sind die brennenden Boote. Die haben wir schon mal gesehen. In einem... In einem Loadscreen. Was? Ich werde wohl übergehen. Einen großen Bonus auf Heiligschaden und Resistenz. Ah ja. Ich hätte hier trotzdem gerne eine Gnade. Da springe ich nicht rein. Anderes als liegt da unten ein Item. Ich will mich gleich nicht groß vorwärts bewegen. Ich bin halt... Oh. Ach du Wichsviech. Äh. Eigentlich sollte ich das hier ausrüsten. Warte mal. Was ist denn das hier? Ach ja. Ähm. Da. Ich backstab doch so gern. Warum sind hier diese kleinen Scheiße? Das ist ein Backstep. Holy fuck. Das ist ein richtiger Bastard. Ja. Kleinen Mistmaden, ey. Da vorne. Mist. Das wäre doch nur eine Gnade. Nee. Was bist du denn? Nee. Warum ist hier denn keine Gnade? Also. Ja. Jetzt passe ich nur aufs Backsteppen auf und nicht mehr auf die Gegner. Das ist ja noch viel schlechter dadurch. Oh fuck you. Ach. Okay. Kein Heal mehr. Shit. Fuck offene. Nicht. Ist nur bitte den Fokus. Okay. Es gibt wenigstens HP zurück gerade. Dadurch. Blutflecken. Unten sind auch Blutflecken. Aber wir sind hier keine Short. Tut ihr denn so? Ihr tut so. Soll ich da reinspringen? Stimmt auch noch weh, Wetten. So, ja. Nee. Mit dir spiele ich nicht so lange. Ich habe kein Heal. Äh. Müsst das so machen. Äh. Nee. Nee. Schön. Gerade. Ja, genau. Ein Kucki. Nee, Kucki. Das ist ein Kucki. Goldfett mit Knödel. Hm. Nein. Das ist die andere Seite. Ist das jetzt ein Shortcut? Yeah. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kordel, Knödel. Alles das gleiche. Richtig. Ah. Shortcut. Mhhh. Machen wir mal einen 171.000. 40.000 bräuchte ich jetzt. Oh. Da liegen noch die Seelen von vorhin. Ja, ja. Nee, eh nur. Alles los. Ähm. Wie viel habe ich gesagt? 40.000. Ähm. Ähm. Mann, das ist nicht 35.000. 171.000 bei denen stand es doch immer dran jetzt bei den neuen bei denen stehst du dran wie viel brauche ich äh 1.000, 2.000, 3.000 bei allen wenn es mit x anzeigen wird wie das steht bei allen auch bei denen da steht bei denen auch und ich schätze das oh mein gott das problem ist bis zum nächsten mal habe ich es vergessen wer meinte gestern hier hp auf 60 wäre sinnvoll weil die so reinhauen später ich würde echt gern mehr condi wenn ich mehr tragen können 50 solltest du definit haben 60 i don't know das dann meinte jemand 60 wäre nicht schlecht mit 40 stunden mal ganz am anfang und dieses so dann können wir aber da jetzt hoch das ist der nächste boss oder ja dann brauchen wir das doch heute eigentlich nicht mehr machen zehn minuten woher kommen dass die eine zulehr da ist noch schnell feiten da geht's los erwartet dann kann ich jetzt aber auch wieder ja aus der generation haben wir einfach sein stehen da vier ja eh ah ich bin poison ah das ist nicht so schlimm poison ist von allen zuständen der mit dem am wenigsten hier muss ich mal aufregen müssen sollte auch mal ins bett ja ja chip ich raid euch doch eh gleich weg so ich will die triller da jetzt machen einfach gucken was die so kann hi oh feuer ich wollte schon wieder backstimmen ne oh das ist homing file wow ja ist okay das hört ja gar nicht mehr auf aha oh du hältst ja sogar was aus bist du wirklich ein minibus quasi oh mein gott oh mein gott ist nämlich gerade geparried quasi dieser doppelhebel ist so frisch alter prüße hallo du hast ganz schön wehgetan wow die hat cooles pels die hat richtig wehgetan oh nach oben was ist mit der leiter rechts ich habe keine leiter rechts gesehen witz kommt gleich leiter rechts oh die leiter die ins wasser führt oh true ja 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 lass da noch ganz schnell hingehen du hast recht du hast recht die ich habe die schon komplett vergessen ich dachte hier wäre jetzt gerade noch eine leiter gewesen die ich übersehen hätte true 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 ja 29.000 Seelen wäre nämlich jetzt auch nicht die Welt da war aber noch ein vierter da hinten irgendwo ne wo ist denn der Pisser da die kleinen ekel kobolde komisch jetzt wo es um nichts mehr geht sind sie aber gar nicht mehr so schwierig wenn man es nicht mehr so hart zerdenkt was man tut von da müsste man rüber kommen ne da war das item ich sehe halt nicht mehr was ist das denn jetzt nochmal ei 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 hier kommt ein Fischl ausgesprungen und beißt mich so da 8 geht halt hier weiter pack echt nicht ein Sonic Fisch wie ein Sonic Fisch ah ok das hört es auf Sonic Fisch weiß gar nicht was du meinst mit einem Sonic Fisch mal komm dich beißen in Sonic Fische beißen ich habe keine Ahnung von Sonic obviously das ist auch ein dreckiges Franchise von daher niemand sollte Ahnung von Sonic haben müssen das das will ich aber nur ganz kurz da noch runter gucken scheiße hättest du mir das nicht beim nächsten Mal sagen können dass da noch eine Leiter war oh man oh fuck was ist das hier oh nur was Kleines Gott sei Dank Gemälde Gebiet der Drachen ist da und da bin ich voll rumgehüpft deswegen meint ja jemand ob ich gerade das Painting such ich bin so gut ach weh das ist jetzt ein Dungeon komm komm gib Bonfire ah das ist ein Sarg da muss ich in da muss ich in meinen Särge reinlegen wo eine Illusionary Wall ist ist auch oft eine zweite das ist die erste die ich jetzt gefunden habe oh schön im Sarg rasten naja hier rein ah und Dave begraben na dann freut euch so jetzt fallen wir da runter und der Deckel bleibt auf magische Weise drauf und uns passiert auch nichts flump und ja hier doch okay der Deckel ist nicht drauf geblieben aber wir sind unverletzt darin geblieben natürlich oh dieses so bläulich wirkende Haare wären auch nicht schlecht gewesen ja tolle Cutscene ich suche eigentlich gerade nur ein Bonfire ey Nito bist du hier irgendwo in der Nähe und bin ich okay wir sind einfach hier unten hier und ah ne so weit unten naja ohne mich hätten wir dich nie begraben heute stimmt weil ich das heute definitiv nicht mehr gefunden hätte weil ich ausgemacht hätte da vorne ist eine Gnade ja ok ab aber guck mal hab ich halt direkt noch gefunden ha das macht mich jetzt richtig glücklich so was ist das hier für ein Gebiet ein Ofengesicht das kennen wir schon oh oh Ofengesicht das sind die Dinge die hier rumlaufen jetzt schnall ich es erst oh ja da vorne steht der Boss ihr seht ihn ne nein er brennt halt noch nicht der hat dann eine spontane Selbstentzündung wenn wir da hingehen 100 pro ja 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 alles super nett hier ganz tolles Gebiet bestimmt ja hier das Ding dann kann man da oh warte doch 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 von dem geht es dann hier und da weiter dann ist man da dann da und so kommt man dann da rein kann ich hier mounten ich kann hier mounten das machen wir ich würde so gern weitermachen oh die Uhr ne 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 Uhrzeit geht mich äh Wasserstelle des Schlosses tja hier treffen sich die wilden Tiere immer zum Trinken vorm Schloss allein diese Welt erkunden macht so Spaß mit dem der sie 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 sie